Das Thema ist allerdings ein bisschen kurz, sie kommen heute Abend, das nimmt der Kabarett-Besucher auch übel, wenn das gar nicht vorkommt. Sehen Sie, wenn an einem solchen Abend so viele Berufsgruppen beleidigt werden und die Lehrer müssen einfach so nach Hause gehen. Ein Kabarett-Abend ohne Lehrer ist wie alkoholfreies Bier. Die Schulen, ein Albtraum, alles nur Abituristen, die da runterkommen. Nun, Schule, sed vitae, discimus, übersetzen die heute wahrscheinlich nicht in der Schule, in der Disco findet das Leben statt. Meine Generation, die das große Latinum noch vom Nachbarn abgeschrieben hat. Wir wussten ja nicht mehr viel, aber eins haben wir noch gewusst, der Satz heißt nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. So haben wir doch früh begriffen, Schule, das ist das genaue Gegenteil von Leben. Und wer von uns mit dem Leben nichts zu tun haben wollte, der ging zurück in die Schule. Von da bleibt nur noch die Flucht ins Parlament. Da ist überhaupt kein Leben. Jetzt kommt das Leben in die Schule, alle sind völlig entsetzt, es ist ja auch kein Geld mehr da, alles rottet vor sich hin. Die Schulen sehen wirklich furchtbar aus. Manche sagen, in den Schulen, da rieselt der Putz von den Wänden mit dem Kalk in den Köpfen der Lehrer um die Wette. Sponsoren sollen die Rettung sein, Schulfeste von Sponsoren finanzieren. Wollen die einen Banner auf dem Schulhof aufhängen, Geräte von Sponsoren finanzieren. Wollen die ein Logo aufkleben aufs Gerät, sind das Sponsoren. Da kommen die Pädagogen und sagen, das können wir nicht machen. Das ist Werbung. Da werden die Kinder in der Schule schon durch Werbung manipuliert, das können wir nicht machen. Da ist die Schule ein werbefreier Raum. Wann haben sie Kinder zuletzt mit Verstand angesehen? Die meisten laufen doch rum wie kleine Litfaßsäulen. Kriegen die da was für? Nee, und das müsste man kreativ nutzen. Wenn man dreimal so viele Lehrer einstellen würde, die würden ja gebraucht. Natürlich braucht man dreimal so viele Lehrer. Und gute Lehrer. Das Beste, was wir kriegen können unter den Akademikern, das ist gerade gut genug für die Ausbildung der Kinder. Nicht wie jetzt wieder alles von den Hecken und Zäunen einsammeln, was bis drei zählen kann. Und wenn sie die guten Akademiker als Lehrer haben wollen, müssen sie erst mal den Beruf wieder attraktiv machen. Dann muss der Lehrer wieder was Besonderes sein. Eine Respektsperson, wo man so aufschaut. Nicht der Fußabtreter der Nation, auf dem jeder rumtrampelt, dafür selber nicht bis drei zählen kann. Und wenn sie das erreichen wollen, müssen sie erst mal das Studium mindestens doppelt so schwer machen. Damit sie dann nicht mehr jedes Würstchen durchmogeln kann wie in den letzten 20 Jahren. Ja. Und das Studium muss endlich umorganisiert werden. Nicht wie jetzt, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn Semester Hochschulstudium. So ein Kopf voll Fachwissen. Da kommen die in die Schule, da sitzen ja Kinder. Was machst du denn jetzt? Nach zwei Semestern Uni erst mal alle ab für ein Jahr in die Schule. Nicht vier, sechs Wochen Praktikum, ein Jahr in die Schule. Als Teil der Ausbildung. Wer mit Kindern nicht klarkommt, kriegt ein Stempel auf die Brust zum Unterricht nicht freigegeben. So, die guten Akademiker sind aber auch gewohnt, dass die Geräte funktionieren, mit denen sie arbeiten sollen. Das ist in der freien Wirtschaft offensichtlich so. Die guten Akademiker sind auch gewohnt, dass die Räume, in denen sie arbeiten, nicht stinken. Dass man die Toiletten benutzen kann, dass es im Winter nicht zu kalt ist, weil es durch die Fenster zieht. Und die guten Akademiker sind auch gewohnt, dass die Arbeitsgruppen, mit denen sie zu tun haben, klein genug sind, damit man überhaupt vernünftige Ergebnisse erzielen kann. Und wenn sie das alles organisieren, dann können sie hinterher auch das Drittel Vollidioten wieder aussortieren, was derzeit als Lehrer getarnt an den Schulen rumturnt und die Kinder das Leben zur Hölle machen. Ja, natürlich gibt es ein Drittel absolute Vollidioten unter unseren jetzigen Lehrern. Da diskutiere ich auch nicht drüber. Denn neulich kam wieder ein Rektor nach der Aufführung und meinte, ich lege mit der Schätzung ziemlich günstig. Und wenn ein Lehrer zu Ihnen sagt, er kennt keine Idioten unter seinen Kollegen, dann kennt er aus einem bestimmten Grund keine. Also, dreimal so viel Lehrer, vernünftig ausgebildet, mit vernünftigen Arbeitsbedingungen. Und dann brauchen wir Ganztagsschuhe und Flächen decken. Die Eltern fallen doch heute als Erzieher komplett aus. Gucken Sie mal an, was in der Grundschule als Rohmaterial angeliefert wird heutzutage. Ein Drittel der Eltern hat den Kampf mit den Kleinen schon in Runde 2 aufgegeben. Wenn deren Kinder zum ersten Mal Nein sagen können, sagen diese Eltern, okay, dann ist der Fall für mich erledigt. Das zweite Drittel ist allein verziehend. Diese Kinder surfen ein Leben lang auf dem Schuldkomplex ihrer Erzeuger durch die Welt. Das Kind musste schon mit einem Elternteil groß werden. Mehr war dem Emotionalen nicht zuzumuten. Der Rest sind die Doppelverdiener. Die schuften rund um die Uhr, um sich selbst zu verwirklichen. Gucken Sie mal in die glücklichen Gesichter. Oder um das große Haus bezahlen zu können und die große Wohnung. Oder damit jedes Kind ein eigenes Kinderzimmer hat, wo es am Ende alleine drin sitzt und randaliert. Da hat keiner mehr Zeit, mit ihm zu spielen. Dreimal so viel Lehrer, Ganztagsschulen. Wenn Sie Hauptschullehrer haben wollen in Großstädten, dann müssen Sie Schmerzensgeld zahlen. Oder irgend so eine Zulage. Wann waren Sie denn zuletzt? Hier in Berlin im Brennpunkt in der Hauptschule. Da kommen Sie morgens rein, da heißt das, geh zu Hause, du alte Scheiße. Das ist lustig, ne? Stellen Sie mal vor, Ihr Chef begrüßt Sie jeden Morgen so. Ist ja nur ein Halbtagsjob, ne? Das blödste Argument überhaupt. Wer stellt sich denn freiwillig jeden Tag stundenlang vor 30 Kindern, mit denen ihre eigenen Eltern nichts zu tun haben wollen? Wer hier über faule Lehrer schimpft, soll doch bitte beweisen, dass er nicht nach fünf Stunden vor so einer Klasse in der Klapsmülle sitzt mit einem Nervenzusammenbruch. Das Geld muss in die Schulen, wenn dieses Land überhaupt noch eine Zukunft haben soll. Wenn wir noch eine Rente sehen wollen. Dann müssen alle Ressourcen, die wir jetzt noch haben, in die nächste Generation gepumpt werden. Herr Struck, falls Sie aus dem Hirnkoma nochmal aufwachen. Deutschland wird nicht am Hindukusch verteidigt. Deutschland wird in der Hauptschule verteidigt. Und in der Grundschule, im Kindergarten, in der Gesamtschule und in der Realschule. Und da tun Sie mit Ihren Eurofightern überhaupt nichts. Genauso wenig wie bei der Terrorbekämpfung. In die Schulen müssen Sozialpädagogen. Da müssen Psychologen die Schulen. Sozialpädagogen für die Kinder, Psychologen für die Lehrer. Und wenn man das alles bezahlt, dann können die Familien hinterher die Unterrichtsstunden durch Werbepausen finanzieren. Das wäre dann eben so. Das halten Sie sowieso nicht auf. Eine Schulstunde dauert dann 60 Minuten und davon sind 15 Minuten Werbung. Fertig auf. Die Kinder würden sogar besser aufpassen. Das ist heute deren Lebensrhythmus. Wenn Sie mit Privatfernsehen groß geworden sind, können Sie sich keine Dreiviertelstunde mehr am Stück auf etwas konzentrieren. Da muss zwischendurch mal ein Pulle-Alarm kommen. Wie ihr habt die Filme früher am Stück auf guckt? Und wann habt ihr Chips Kohl? Wenn Sie heute Radio hören, bekommen Sie alle drei Minuten gesagt, welchen Sender Sie gerade hören. Und vor allen Dingen noch warum. Das brauchen die in der Schule dann auch. Alle fünf Minuten, hier ist Latein, das Infofach. Alle zwei Minuten, ich bin Heinz, der Lehrer für die ganze Klasse. Noch Fragen, rufen Sie die Hotline. Da holen Sie die Handys raus, da rufen Sie mal an. Sie müssen die Stunden auflockern. Sie können mit kleinen Jingles während der Stunde auf die tollen Abenteuer der nächsten Stunde hinweisen. Teile der Tafel können Sie als rotierende Werbefläche vermieten. Sie können die Lehrer von Sponsoren einkleiden lassen. Man könnte Lehrer nur überhaupt mal was zum Anziehen kaufen. Man kann Lehrer in Kostüme stecken. Tabaluga, lila Launebär. Alle Rektoren sehen aus wie Heinblöd. Was meinen Sie, was da los wäre? Die Grundschullehrer als Teletubbies, die Tafeln integriert. Die Kinder würden heulen, wenn Ferien wäre. Und jeder kann frei wählen. Schicke ich meine Kinder auf die Aldi Gesamtschule? Auf das Benetton-Gymnasium oder auf das Kellogg's-Kolleg? Ja, Sie lachen, Realschulen gibt es schon.